Heiho, hier ist Ronja und wir spielen heute Fortnite. Was? Heiho! Das sieht voll so aus, oder? Ich weiß nicht, hast du mal Fortnite gespielt? Hey, das klingt, wenn du Heiho sagst, kennst du das, diese Schneewittchen, die sieben Zwergen, die sagen auch immer, Heiho! Heiho! Ja, na klar. Oh. Das ist echt cool mit dem Hüpfen. Nicht, also ich hab das nur gelesen früher als Buch. Hör auf! Das hast du, du hast das nicht gesehen? Ich hab das nicht gesehen, nee. Oh mein Gott, Ronja, wir machen mal Filme. Wir machen mal Filme. Wir gucken die ganzen alten Filme. Ja. Oh, ein Diamant. Oder? Was ist das, ist das eine Quale? Das war ein Diamant. Bam! Guck mal, kann man hier anfangen? Okay, warte mal. Hier? Ja! Die kann ich mir schnappen. Da muss man aber jedes Mal einzeln klicken. Okay, da. Oh, oh. Oh, du musst zählen. Okay, zählen kann ich, wenn ich da draufklicke, werde ich dann teleportiert. Werde ich? Gut. Ja! Gutes Spiel. Upgrade. Wie viel kostet ein Upgrade? Von meiner Squeak-Axt zur Holz-Axt. Die kann ich mir leisten. Aber ich will eigentlich meinen Rucksack über Break. Oh, du Rucksack, ja. Oh, den kann ich mir so mal leisten. Voll gut. Echt einen neuen Rucksack? Den kriegt man direkt quasi am Anfang. Oh. Das finde ich schön, wenn man da nicht gnadenlos eine Dreiviertelstunde erst mal die Steine hauen muss. Okay, warte. Also hier habe ich nicht genug Stärke für den Stein. Für den hier habe ich genug Stärke. Bam, bam, bam. Den haue ich kaputt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie die Grafik ein bisschen von Fortnite geklaut haben. Aber. Also es sieht schon verdächtig ähnlich aus. Meine Theorie. Was kommt nach dem Yellow Pack? Weißt du das? Nee. Green! Oh, nur für 240 kriegst du schon ein grünes. Ehrlich? Ja. Krass. Aber noch brauche ich gar nichts. Das ist 300. Ich kann gar nicht so viel abbauen. Achso, brauchst du erst mal eine bessere Pickaxe. Ja. Hast du schon eine bessere Pickaxe? Ah, natürlich habe ich schon eine bessere Pickaxe. Okay. Du kennst mich da. Ich habe schon zwei bessere Pickaxes. Was? Ich darf mich ja nicht schlagen lassen. Jetzt mittlerweile confirm. Die Easy schummelt in so Spielen. Ich verstehe nicht, wie das... Ich schummle genau, wenn du besser bist. Nein, ich meine es tonernst. Wir starten zum gleichen Zeitpunkt. Wie kann das sein? Wie kann ich... Ich habe das Gefühl, ich hatte noch nicht so viele Möglichkeiten, hier alles falsch zu machen. Aber scheinbar ja schon. Ein K hat mein Rucksack schon jetzt. Ein K. Oh, hier ist Pets. Guck mal, ich kann sie sogar Pets kaufen. Die schummelt doch einfach. Also so langsam. Ich habe da nicht so... Sag das nicht, aber das glauben die Leute, bitte. Ja, mit Recht glauben die das. Schreiben die mir das in die Kommentare. Easy, du schummelst. Aber stimmt das gar nicht. Easy, du schummelst im Pickaxe in mir leider. Wie kannst du nur... Das ist halt echt so. So, ich kaufe mir jetzt erst mal eine noch bessere Spitzhacke irgendwie. Das meine doch noch nicht so gut. Ich kann das nicht glauben. Wo kann ich zählen? Hier kann man zählen, weil... Ach, da hinten? Da, hier, genau. So, jetzt kaufe ich mir nämlich eine... Wo kann man eine Pickaxe kaufen? Na, hier vorne. Basic Pickaxe habe ich jetzt schon. Hier, beim Laden. Ich muss dir mal die Zwischenstufen kaufen, damit ich die nächste kriegen kann, ha? Hm. Ah, okay. Musst du immer machen. Wie viel kostet du nächste? 600 noch? Habe ich sogar schon. Hast du schon diese 600 noch? Nein, du auch. Habe ich schon. Doch, doch. Ich habe ja nämlich gemeint. Hier, schau mal an. Ich bin Tor. Nein, zeig mal her. Zeig mal her, deine Pickaxe. Ich bin voll krass. Guck mal hier. Ich glitzere. Die glitzert richtig. Die glitzert. Ey, das ist ja cool. Du bist weiter als ich. Ich muss schnell machen. Ja. Okay, ich nehme alles zurück. Easy hat in ihrem Leben noch nie geschummelt. Dankeschön. Endlich mal jemand, der die Wahrheit spricht. Oh, jetzt kaufe ich mir einen besseren Rucksack noch. Bam. Der nächste kostet 680. Den kann ich mir auch gleich leisten. Wie viel kannst du denn schon reinmachen in deinen Rucksack? Ich kann 1000 reinmachen in meinen Rucksack. Aber das ist ganz gut. Okay, was sind Dranks? Was bringt das? Sandstein. Zwei Millionen. Okay, ne. Noch nicht ganz. So. Bisschen fehlt mir. Bisschen Kleingeld. Passend. Danke. Okay. Ja, ich glaube. Was ist da hinten eigentlich dieser Hase? Aber deine Pig-Eggs glitzert und ich verstehe das nicht. Meine glitzert nicht. Wieso glitzert die? Tja. Nein, wirklich. Kann doch nicht sein. Ich bin auch eine glitzernde Pig-Eggs. Dann hol wir hier. Wie kannst du eine Eggs kaufen? Wie viel kostet das denn hier? Oh, eine 1000 Dams. Oh mein Gott. Wir müssen 1000 Dias holen. 1000 Dias, okay. Ja. Warte mal, wenn du hier draußen rumhüpfst, gibt es hier bestimmt... Ich glaube, du kriegst sie dadurch. Oh, hier sind überall Dias, die sammle ich. Hier 5. Oh nein, wir brauchen mehr. Tube. Oh, das kann man gleich weghauen. Tube. Warte mal, wie viel brauche ich hier? 500 Strengths. Ich habe 170, das ist nicht allzu viel. Was brauche ich hier? 3000. Ich habe gar nichts. Eisen kann ich dann abbauen. Man kann, glaube ich, nur die kleinen Sachen abbauen. Bis jetzt können wir nur Steine, jaja. Zack, 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 zack. Das sollte reichen. Äh, warte, jetzt muss ich verkaufen. Ah, die ganze Zeit habe ich dieses Shop-Plop ab. Das stresst mich. Ja, Gold Pickaxe! Gold Pickaxe! Bist du denn... Gold Pickaxe! Krass. Ja, so weit bin ich noch nicht. Dann mach mal hinne. Ich bin nicht hier dran. Ich glaube, es ist besser, sich erst die besseren Pickaxes zu kaufen. Und dann das bessere Backpack, weil du bist halt so nah am Seller. Ja. Ja. Warte, kannst du jetzt beim Daily Reward einschnappen? Ich glaube, gar nichts. Gar nichts. Nö. Doch, da kann man Kohle meinen. Ach so. Ging das schon? Doch, weil Kohle ist für tausend. Wenn du auf tausend dich hocharbeitet hast. Ah, bei mir ging das noch gar nicht cool. Ja, hier ist Kohle direkt dahinter. Oh, sorry! Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein. Und ich habe mein ganzes Geld verloren. Ah! Was? Nein. Das war toll. Das tut mir leid. Sehr. Das war gar nicht behapssichtig. Ja, ja. So, jetzt gehe ich hier selber mal ein bisschen Kohle rein. Ah ja, es geht halt echt. Ja, sag ich ja. Ich fühlte mich dieses Mal nicht. Ich hatte es nicht vor. Ich hatte es auch letztes Mal nicht vor. Können wir da hoch? Ich glaube, ich würde mir eine Goldene holen an deiner Stelle. Okay, dann hole ich mir noch eine Goldene. Für oben, ja. Okay, dafür habe ich genug Geld, glaube ich auch. Ja, 7500. Ich hole mir sogar die nach der Goldene noch. Uh, yeah. So, und ich habe auch schon was da drauf. Glänzend Gold für Glänzend Gold reicht es nicht. Ja gut. Man kann nicht alles haben. Für Glänzend Gold reicht es noch nicht? Für Glänzend Gold reicht es noch nicht. Aber ich habe Gold. Gold ist auch nicht so gut. Ich habe einen Stock. Guck mal, ich bin hier am Stein. Ich steck mit dem Kopf in der Wolke fest. Nein. Guck mal, guck mal rechts von dir. Warte, ich glaube, ich habe... Ich komme hier nicht raus. Ich bin in der Wolke. Ah, okay, jetzt kann ich hoch. Uh. Bist du rausgekommen? Ich bin nach oben gehöpft. Ja, ja. Okay. Warte, wo bist du? Ich bin auf der ersten Wolke hier unten. Ah, da bist du. Okay, okay. Du kannst zu mir kommen. Du kannst theoretisch von unten durch die Wolke durchhüpfen. Ich bin schon da. Oder so. Ah. Das ist voll schwer. Sprung. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Eins, zwei und drei. Oh Gott. Man kann schon ziemlich hoch rücken. Eins, zwei, drei. Viel zu hoch. Ich muss gar nicht auf die erste Wolke. So. Richtig gut. Dann geht es weiter. Ich glaube, da sind die erste Insel. Was können wir uns denn da holen? Ich weiß nicht. Hier sehe ich... Da hinten ist was. Krass, krass, krass. Warte, komme ich da hoch? Nee, oder? Das ist doch krass. Den Sprung schaffe ich nie. Siehst du mich? Doch, den Sprung schaffe ich... Ah, den Sprung schaffe ich nicht. Ich bin zu schwach. Nein. Meine Pickaxe gibt mir nicht genug Energie. Du bist so... Für den Sprung. Ich bin wieder runtergefallen. Ich bin oben auf einer Wolke. Aber hier können wir auch noch nicht abbauen. Ich glaube, uns fehlt noch ein bisschen was. Jetzt mit den Wolken, glaube ich, reicht es noch nicht ganz. Aber ich will mir Pets holen. Und dazu müssen wir wissen, wo wir die ganzen Diamanten herkriegen, glaube ich. Ah, okay. Ja, aber hier sind ganz viele Diamanten noch unten. Also bei dem Sandstein hier hinten in der Region. Okay. Hier ist so ein richtig cooler Ort, wenn du mal gucken willst. Hier ist so ein Hill, also so ein kleiner Berg. Und da kannst du der King of the Hill werden. Und damit kannst du mehr verdienen, glaube ich. Oh, ja. Das machen wir. Ist das da hinten, wo der Hase ist? Oder wo ist das? Warte, ich bin am Spawn. Ich zeige es dir. Okay, okay. Ich komme zum Spawn. Weißt du, was die Pets kosten? Der Kiste. Ja, die kosten 1000 Dias. Also brauchen wir noch mehr Dias. Bist du bei mir? Ich bin am Spawn. Ja, ich sehe dich. Hi, komm mal bitte, komm mal mit. Ich zeige es zum einen jetzt erstmal da vorne, diese Truhe. Oder hast du dich schon aufgemacht? Äh, nee, ich habe noch keine Truhe aufgemacht. Okay. Dann zack. Oh, hier geht es hoch. Oh, krass. Kannst du nämlich öffnen? Oh, warte, 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 warte. Du bist wieder mitfährt? Bist du in der Truhe? Ich bin in der Truhe. Und? Was habe ich jetzt? Pomp? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Wahrscheinlich. Ich hau jetzt auf Mithril. Das bringt ordentlich. Kannst du das schon abbauen? Ja, da braucht man nur 5000 Strength für. Und die habe ich. Wo hast du die Strength? Wo steht das? Äh, dieses links, wo der Arm mit dem, ähm... Mit dem Herz drin ist. Links wo der Arm. Ach so, weil man 5000 hat? Ja, genau. Ach, krass. Okay. Und danach kann man Adamantit abbauen. Was ja jeder kennt. Das ist ja bekanntes Mineral, ne? Ja, das habe ich heute Morgen zum Frühstück gegessen. Gut geschmeckt? Ja, so wie... So wie Adamantit halt schmeckt, ne? Das kennt man ja. Kennt man doch auch nicht. Also, ich habe jetzt einen Ast. Wie kann das Upgrade zu einer glitzernden Goldaxt ein Ast sein? Ich weiß, das ist ja auch gerade... Ich habe 580 Diamanten schon. Das heißt, ich bin gar nicht mal so weit entfernt von einem Pet, denke ich, wenn das 1000 kostet. 580 hast du schon. Naja, ich habe nur 400 gerade. Das ist, äh... Die bringen immer 20. Das ist nicht schlecht. Die Diamanten, ach so. Hm. Okay. So, hier ist Stein. Hier ist Rainbow Neonit, was wir nicht abbauen können, leider. Hm. Die Spitze geläuft gut. Hier Eisen, zack, habe ich nicht genug Stärke für. Okay, fair, 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 fair. Nehme ich mit. Diese Steine haben immer nur 25 drin. Das ist echt ärgerlich. Die sind total klein, ich weiß. Da kann man gar nicht richtig abbauen. So, hier und bei. Also, jetzt. Ich sage dir, heute Abend mein Finger tut richtig weh, weil ich die ganze Zeit nur links klicke. Das ist richtig problematisch. Aber warte mal, das kostet wirklich 2 Millionen so ein Rank? Das, wo du das Sandstein upgraden kannst. Was bringt dir das überhaupt? Du kriegst doppelt so viel Geld beim Abbrauen dadurch. Und du kannst es halt dadurch immer weiter steigern. Aber es ist halt schon arschteuer. 2 Millionen, das habe ich nie im Leben. So einen Diamanten brauche ich noch. Okay, jetzt habe ich genau 1000. Ich auch! Okay, wunderbar, dann holen wir uns jetzt Pets. Ja, endlich. Gibt es die im Shop? Mal gucken, was die bringen. Rocket Shop, warte, hier ist ein Pets. 1000 Gems. 10% Chance auf Hund, 30% auf Häschen, 20% auf Maus. Tab. Bei Egg. Kann ich nicht? Hallo? 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 Was hast du? Ich weiß gar nicht, wie ich die kaufen soll. N-roll. Macht der das gar nicht? Doch, E drücken. E. Oh ja, E drücken. Oh ja, ja, kommt's. Und Häschen, habe ich auch. Okay. Aber das hilft jetzt garantiert gut mit. Warte, muss man das irgendwo ausrichten? Ja, hier. Ja, du musst es equipen. Da ist es. Equip. Ja, süß. Ja, mal 1,3-fache Stärke, Diamanten. Es ist jetzt auf Häkchen. Oh ja, hier ist es. Wo ist deins denn? Yay, meins ist hier. Ich habe auch einen Bunny. Kannst du es sehen? Ich sehe dich. Hallo? Hier. Ich stand schon. Ich stand schon. Ich stand schon. Ja, 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 du hast dich nicht bewegt. Ich gebe es zu. Oh Mann. Okay. Aber das hilft vielleicht. Bald. Wenn wir... Ich glaube, ich kämpfe jetzt gegen den Riesenhasen da drin. Oh ja, das klingt nach dem Plan. Aber ich glaube, dafür sollten wir uns... Bist du gerade bei Strength gut dabei? Ich kann ihn euch angreifen. Ah, er hat mich getötet. Okay. So viel dazu. Ich fliege durch die ganze Welt. Kann ich jetzt mal hochspringen? Auf die ganze Welt. Okay, ja, ja. Stimmt, jetzt kann... Das sollte jetzt hier gehen. Ich schüpf dir einfach hinterher, okay? Okay. Oder musst du mir hinterher öffnen? Äh, ich... Wie du magst. Warte, hier ist eine Startwolke für mich. Glaube ich. Die spüre ich. Ähm... So. Wo ist denn unser Ziel schon mal? Damit wir wissen, wo wir überhaupt hinwollen. Weiß ich nicht. Ganz oben. Okay. Okay, dann... Hier bin ich auf der. Weißt du nicht? Äh, nö. Doch, da oben. Na, übernimm. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh weia. Ich glaube an dich, Ronja. Ich glaube überhaupt nicht an mich. Diese Spiele haben immer dieses Wolkensystem. Und ich bin da jedes Mal einfach zu verloren bei. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Hier oben? Man kann jetzt dreimal boosten. Irgendwann. Ja, ja. Warum? Schon die ganze Zeit. Oh. Ah, Regenwolke. Mist. Da wollte ich nicht hin. Aber hier starte ich. Oh nein, ich bin jetzt runtergefunden. Ich kriege das noch hin. Du bist runtergefallen? Ja, ich bin nach ganz unten gefallen. Ich versuche auf so... Ich habe versucht, auf so eine Insel zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Oh warte, hier ist... Oh, ich bin so nah und auch so fern. Nein. Nein. Okay, ich gebe auf. Da wäre eine Insel gewesen. Aber da wäre ich gar nicht hingekommen. Ich meine, da war gar nichts drauf. Die Insel ist einfach nur so eine kleine Plattform. Die bringt mir gar nichts. Ah, ich weiß. Aber es liegt, glaube ich, ganz oben halt in den, die einem schon was bringen. Ja. Aber da war ich... Aber ich weiß nicht, ob wir das einfach nicht... Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich bin nicht so der Jump-and-Run-Meister, leider. Das wissen viele gar nicht. Die denken, ich bin da voll gut dran, aber... Wer denkt das? Ich hatte gehofft, es gibt vielleicht eins, zwei, so die doch kein Video gesehen haben und die sich dann denken, ja, das kann die bestimmt gut. So sieht die aus. Ne? Möglich. Du machst einem ja Mut. Ja, doch, ich glaube an dich. Hm, hört mal richtig. Mhm. Echt, habe ich das... Ich finde, ich habe das überzeugend drüber gebracht. Ich glaube nicht, du schaffst das. Du solltest echt kein Schauspieler werden. Das ist nicht so... Ich kaufe dir das nicht ab. Okay. Du wirst einfach Astronautin. Du wirst Astronautin, okay. Es ist einfacher als Schauspielerei für mich. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Geld. Ich habe so viel Stein schon abgebaut. Weiß ich gar nicht, was ich da machen jetzt soll. Ja? Hörst du mich noch? Sonja? Hallo? Easy? Okay, da Easy jetzt leider von uns gegangen ist und auch scheinbar nicht wiederkommt. Ich weiß nicht genau, warum ihr Internet irgendwie abgeschmiert ist oder was auch immer. Jedenfalls, ich habe hier einen wunderhübschen Hammer, der rot leuchtet und mein Häschen ist schon Level 3. Ich weiß zwar nicht genau, wieso, aber das ist halt so. Jedenfalls war es mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und, ähm, ciao! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020